Ja, auf alle Fälle. Also das trifft für vieles. Das trifft im Privaten, glaube ich, genauso wie in der Arbeit. Das trifft den Mitarbeitern genauso wie die Führungskraft. Also das ist wirklich ein sehr verbreitetes Feld. Und es gibt oft die Frage, kann man nur Dinge erreichen, wenn man Ziele hat? Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, was da massiv oft übersehen wird, ist der Survivor-Bias. Also sozusagen, ja, du siehst dann die Nummer 1 und die erzählt dann, wie ist sie dort hingekommen? Sie hatte große Ziele und hat immer an diese Ziele geglaubt und so. Und was du dann natürlich nicht siehst, ist die 900 anderen, die dahinterstehen, die auch alle große Ziele hatten und die es halt leider nicht geschafft haben, dort auf die Nummer 1 zu kommen. Also da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, glaube ich, wichtig, je nachdem, wie explizit oder implizit vielleicht man es hat, aber dass man zumindest eine Idee hat, wo möchte ich denn eigentlich hin? Was möchte ich vielleicht erreichen? Wie möchte ich meine Lebenssituation verbessern? Und das soll nicht krampfhaft sein oder so, ich muss mich verbessern, ich muss mich verbessern, aber du solltest dir schon halt mit dir im Klaren sein, wie passt es denn eigentlich so generell für dich? Passt deine Arbeitssituation für dich? Ja oder nein? Und das sind natürlich harte Fragen. Passt deine private Situation für dich? Bist du zufrieden in deiner Beziehung? Hast du eine Beziehung? Hättest du gerne eine Beziehung? Und dann gibt es sicher noch einige andere Dinge, die man noch beleuchten kann rund ums Privatleben, was weiß ich, wie verbringe ich meine Freizeit zum Beispiel? Und das sind natürlich harte Fragen, wenn man sie mit einiger dann mit Nein beantworten muss. Also dann wird das etwas auslösen mit dir. Und der Punkt ist halt dann, sich darüber im Klaren zu werden, möchtest du in diesem Status verbleiben, was die Gefahr natürlich mit sich bringt, dass du dann irgendwie bitter wirst und dass du dann traurig, resentful, weil wir jetzt gerade nicht auf Deutsch hören, aber dass du dann irgendwann auf dein Leben zurückblickst und dann wehmütig und räumütig darauf zurückschaust. Oder sagst du einfach, ja okay, das ist jetzt hart, da muss ich jetzt einmal durch. Und dann kann ich mich hinsetzen, mich entscheiden zu sagen, okay, was kann ich tun, um meine aktuelle Situation zu verbessern? Und das ist in manchen Fällen vielleicht eine neue Ausbildung machen, das ist in manchen Fällen Verantwortung übernehmen für deine Tätigkeiten, zum Beispiel deinem Job. Da gibt es ja genug viele Beispiele, wo Menschen dann einfach in dem Job, in dem sie sind, einfach ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen, wo sie eben Verantwortung für all das übernehmen, was für die kleinen Dinge oft nur, die sich dann aber natürlich nach oben hin summieren und dann ergeben, dass du auf einmal gesehen wirst, dass du auf einmal siehst, aha, der macht aber eine tolle Arbeit, das ist super, solche Leute können wir gut gebrauchen. Und mit diesem Ziel einfach einmal loszumarschieren und dann vielleicht irgendwie drauf zu kommen, ja okay, das war vielleicht zu viel, zu wenig und dann kannst du halt ein bisschen adjusten. Aber du wirst wahrscheinlich selten eine 180 Grad Wendung dann machen müssen, vielleicht beruflich manchmal, wenn du das da irgendwie verlaufen hast, weiß man nicht so genau, aber auf alle Fälle das ein bisschen so im Fokus zu haben, ein bisschen darauf zu schauen, bin ich da am richtigen Weg oder bin ich es nicht.